Moin! Dieses Mal kochen wir zusammen eine leckere Gulaschsuppe. Da rein kommt frische Paprika, Rindfleisch und noch allerlei an Gewürzen. Dann kommt alles in den Römertopf und wird noch mal eine lange Zeit durchgekocht und dann ist es einfach schon perfekt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Gebt uns gerne Rückmeldungen unten in den Kommentaren, wenn ihr es nachgekocht habt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020